Ein Name, der fortan für diesen zukünftigen Ort des Arbeiten, des Lebens und des Verweilens stehen soll. Ich freue mich Ihnen heute, das Falkenberg Ensemble als neuen Namen für diese innerstädtische Entwicklung präsentieren zu dürfen. Abgeleitet von der Falkenbergstraße zwischen den Kammerspielen, deren Verlängerung als Gasse zwischen unseren beiden Stadthäusern einen wunderschönen neuen Platz im Süden erschließen wird. Und ergänzt um den Begriff des Ensembles, ein aus zusammengehörigen Teilen bestehendes, einheitliches Ganzes. Das Falkenberg Ensemble bezieht sich in seinem Namen nicht nur auf seinem unmittelbaren Ort in der Gragenau, es steht auch für die integrative Entwicklung zweier Stadthäuser samt gemeinschaftlich genutzter Tiefgarage in einem Umfeld, dessen Aufwertung wir durch die gemeinschaftliche Entwicklung von attraktiven Lebensräumen als Ziel verfolgen. Sie finden erste Ein- und Ausblicke auf das Falkenberg Ensemble nicht nur in unseren Gragenau-Stories, sondern auch auf der seit heute freigeschalteten Webseite www.falkenbergenensemble.de. Vergessen Sie mir bitte nicht das CK im Falkenberg. Es funktioniert aber auch ohne. An dem QR-Code, wer dessen mächtig ist, können Sie sich direkt auf die Webseite verlinken. Wir werden später etwas mehr zu den ersten Bildern und der Architektur erfahren, von Herrn Professor Hild und von der Regierung Keller. Und jetzt gebe ich zurück an dich, lieber Marco. Vielen Dank.